Heimspielpremiere für Anrelo Baletta an der Seitenlinie vom FSO Frankfurt und passend dazu sind auch rund 1.100 Zuschauer zu dieser besonderen Partie ins Stadion gekommen. Nach dem spektakulären 3 zu 3 zum Auftakt in Ulm soll es heute gegen Rot-Weiß Koblenz den ersten Saisonsieg geben. Verzichten muss Baletta dabei auf seinen Torjäger. Arif Gütschlö sitzt mit kleineren Pläsuren erst mal nur auf der Bank. Koblenz dürfte allerdings nach dem 0 zu 3 gegen Stuttgart 2 auf Wiedergutmachung aus sein. Es spricht also einiges für einen unterhaltsamen Fußballabend. Doch die Fans werden zunächst einmal enttäuscht. Es dauert über 20 Minuten bis es das erste Mal vor einem Tor gefährlich wird und dann sind es auch die Gäste. Quentin Fauli, Zentimeter, fehlend zum Führungstreffer für Koblenz. Wir springen schon in die 39. Minute. Jetzt kommt endlich auch mal der FSV. Mit etwas Glück kann sich da Franjic durchsetzen. Beim Abschluss fehlt es aber noch an der Präzision. Danach ist schon Pause. Eine chancenarme erste Halbzeit dürfte die FSV-Anhänger bislang nicht gerade zufriedenstellen. Aber der zweite Durchgang wird besser und das liegt auch daran, dass Frankfurt mutiger aus der Kabine kommt. Eine erste Bewährungsprobe für Babacagay. Und der Schlussmann steht auch gleich erneut im Fokus, denn es gibt eine gute Freistoßposition für den FSV. Und das ist eine Sache für Ihab Dawic. Zu zentral, kein Problem für den Koblenzer Keeper. Es ist die bislang beste Phase der Mannschaft von André Lopaletta, aber auch Koblenz ist hier nicht abgemeldet. Konterchance über den eingewechselten Jakob Lemmer. Der setzt sich auf rechts gegen Azouac durch und findet in der Mitte Esmüll. Die Führung für Koblenz. Mitten hinein in diese Druckphase der Frankfurter. Eine perfekte Co-Produktion zweier Joker. Trainer Heiner Backhaus beweist heute sein goldenes Händchen bei seinen Wechseln. Und Balletta reagiert sofort eine Viertelstunde vor dem Ende. Wird es Zeit für seinen Torjäger? Und Gütschlüs Präsenz macht sich sofort bemerkbar. Langer Ball auf Arif Gütschlü. Der behauptet im Strafraum den Ball, findet dann aber nicht in der Mitte Jake Hurst. Dennoch, es wird jetzt zwingender beim FSV. Wir gehen in die Schlussphase. Wieder eine Standardsituation. Und wieder ist es Gütschlü. Frankfurt will jetzt unbedingt den Ausgleich. Es läuft die 87. Minute. Darwich mit einem Foul an Henry Crossweight. Schiedsrichter Justin Haasmann zögert kurz und zieht dann glattrot. Völliges Entsetzen bei den Frankfurtern. Und diese Entscheidung ist auch sehr hart. Darwich kommt zwar von hinten, aber versucht auch den Ball zu spielen. Bittere Minuten für den FSV. Der sich aber trotzdem nicht aufgeben will. Es läuft schon die 90. Minute. Noch mal ein Eckball. Aber der Ausgleich fällt nicht mehr. Denn kurz darauf ist Feierabend. Rot-Weiß Koblenz gewinnt etwas überraschend beim FSV Frankfurt. Riesenjubel bei den Gästen, während die Köpfe vom FSV natürlich nach unten gehen. Frankfurt wartet weiter auf den ersten Pflichtspiel-Sieg unter André Lobanetta. Die Stimmen zu dieser Partie. Das Fazit zum Spiel ist auf jeden Fall, dass das Spiel von letztem Mal sich gar nicht gespiegelt hat. Also da hat die Leidenschaft gefehlt, das Kämpferische. Ich glaube, das war ein bisschen zu hektisch in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen ruhiger gestaltet. Aber ja, im Großen und Ganzen war das, war das heute viel zu wenig. Wir haben ja letzte Woche auch nicht so wahnsinnig schlecht gespielt. Wir haben halt nach 90 Sekunden 1 Uhr zurückgelegen. Und Stuttgart hat uns dann den Ball überlassen bei tropischen Temperaturen. Deswegen wurden wir dezimiert durch eine rote Karte. Also noch mal nicht alle schwarz und weiß sind. Heute war sehr, sehr gute Arbeit gegen Ball von unserer Mannschaft zu sehen. Frankfurt hat das sehr spielerisch versucht zu lösen. Hat uns so ein bisschen die Karten gespielt, weil wir viele Balleroberungen hatten. Hätten, glaube ich, aus meiner Sicht auch den ersten Halbzeitraum führen müssen. Ich glaube, der Sieg war mehr als verdient. Große Freude also bei Rot-Weiß Koblenz. Für die es bereits am Dienstag weitergeht. Gegner ist dann der FC Homburg. Und das Ziel ist natürlich klar. Die nächsten drei Punkte.